Musik So, willkommen zurück zu Rap Und ich hab gesagt, wir nehmen jeden Charakter für 2 Level Das heißt, jetzt ist ein neuer dran Und zwar Louis McGrath Splitternde Knochen sind Musik in meinen Ohren Splitternde Knochen sind Musik in meinen Ohren Louis McGrath fügt anderen Menschen gerne Schmerzen zu Und er ist gut darin Doch das ist nicht die einzige kriminelle Tätigkeit In der er besonders hervorsticht, wortwörtlich Er ist auch ein Schmuggler und hat es so nach Rapture geschafft Vor seiner Festnahme und Unterbringung in ein provisorisches Gefängnis Arbeitete Louis als Dogarbeiter in den Fischeries Okay Ja, den hab ich früher ganz gern gespielt Also privat Weil der coole Sprüche drauf hat und ein Gangster ist Guckt ihn euch an Er ergibt sich gar nichts Er ist ganz schlicht Nur Messer hat zack Los geht's Aber nein, wir werden ihn verunschneiden So gut es geht Ähm, Krabbel, Seestern Fisch Der Mann Ah, Sonnengott hatten wir glaube ich noch nie, oder? Das sieht auch sehr bescheuert aus Rosa Feder Ich glaube wir nehmen tatsächlich mal den Sonnengott Und die Klinge bleibt natürlich nicht Er kriegt Er kriegt Er kriegt den Kerzenhalter Auf dem Ruhm Okay So, jetzt suchen wir Und hoffentlich Ja, Steam ging gerade die ganze Zeit nicht Und deswegen, ja Kann ich es jetzt aufnehmen Um Ich sagte um 21.36 19, 20, 21 Und so weiter Ja, okay Dann warte ich Und ich schneide das Bis gleich Ja, ich möchte nur mal darauf hinweisen Dass es inzwischen Viertel nach 10 ist Und ich eigentlich noch ins Bett gehen wollte Aber nein Jetzt geht es natürlich los Und ja Diese Wartezeiten sind immer sehr ärgerlich Naja, was soll man machen Ich glaube ich bin host Das wird die anderen jetzt ziemlich abfacken Aber ich habe jetzt eh nur noch Zeit Für ein Match Und deswegen werde ich das jetzt einfach durchziehen Naja, was heißt durchziehen Ich meine Für mich ist es ja nicht schlecht Aber Jo Für die anderen wahrscheinlich Aber deswegen habe ich auch diese K-Klasse hier genommen Damit die auch eine Chance haben Hi, Civil War maybe Nein Holy hell Reini, bad, hyssodoting Oh, oh, oh Na und Na und Na die Gottes Das ist mir egal Weißt du auch warum Weil Ich Der Host bin So einfach Und der eine ist schon gegangen Na, was ist da denn Meint, ich kann ihn snipern Ja, kann ich 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 Ja, please Please rejoin Your hosting is unplayable Naja, wenn sie sich jetzt nur beschwert Dann Kommt ihr wohl auch nichts zustande Ich heiße Ridley und nicht Reini Wer zur Hölle ist Reini Betrügst du mich? Frapping all over the place Switching to Civil War This is unplayable Can't play in this shit Ja, okay, Leute Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder Mann, ich wollte doch ins Bett gehen Ein paar weitere Minütchen Später geht es nun weiter So, dann jetzt hoffentlich Ohne Nordicottes Die hatte keinen Bock mehr Anscheinend Und wir nehmen Am besten Die hier Hi Hi, hi, hi Hallo, Ogo Essek Wow Böse Das war doch hier voll der Der Skill Pump Oh, der ist tot Aber der Resurrection Alter Krasse Scheißlegs Oh, ich hab mich glaube ich selbst angezündet Yo Da ist der Kill, liebe Leute Da ist der Kill Ach du Scheiße Das ist ja wieder angenehm Geht's jetzt? Nö B-Toast Ja Komm schon Eck die Scheiße Du aus dem Knast Ausgebrochene Scheiße Äh Wolf Morpoisgu Mhm Ja, genau Mit Sicherheit Nicht Morpoisgu Naja, wenn er Headshots machen kann Dann kann's ja nicht so schlimm sein Aber für mich ist es sehr schlimm Leute Das ist zwar jetzt doof Denn ich hab den Part angefangen Aber so können wir hier nicht spielen Da sind wir uns hoffentlich alle einig Es sei denn, ich krieg den jetzt Ah Warum brenne ich? Wow Okay Ja, mach ihn fertig Mach ihn fertig Machst du ihn nicht fertig Warum machst du ihn nicht fertig? Oh, was ist denn das für ein Spagat? Und was ist das für ein Deck? Oh Der heilige Stecker des Untergangs Natürlich Leute, ich schneide Ich hab keinen Bock mehr Ich will schlafen Mann, bin ich müde Ja, dann hoffen wir, dass der Host wechselt Und dann sehen wir uns wieder Bis gleich Ja, aus bis gleich Wird dann wohl nichts Denn Was? Na Ah Es geht wieder Haha, ich hab nichts gesagt Ja, ich bin immer noch müde Komm schon Gib dir ein Rock Du alter Knochen Haha, ja Ähm Ist das jetzt derselbe Host? Oder Naja, sie haben auf jeden Fall einen Daddy Schauen wir doch mal Oh, ein Gegner Haha Brännle Schwein Naja, es sieht nicht so viel besser aus Lagging Das hast du Sehr gut Bemerkt Ja, ja Huhu Ja, ich hab viel dazu beigetragen Nein Nein, ich stempel das mal eben als unspielbar Autsch Nein, so kann man nicht totgepumpt werden Nein, nein, nein Das geht nicht Ähm Ja, Schnitt Es scheint sich beruhigt zu haben Versuchen wir es Ja, damit kann ich leben Wenn es so laufen würde Wow Oh mein Gott Powerattacke Hilfe Oh, pump Was? Bitte Having no level Sucks so much Ich hab den doch vor den Rücken weggepumpt Vor die Wirbelsäule zerbombt Hab ich ihn Wie kann er da überhaupt noch leben? Das ist nicht realistisch Nein Daneben, du Spacko Nein, das wirst du nicht tun Ihr nicht, ihr Bitches Ihr nicht Ach du, ja Das hätte ich auch alleine gekonnt Aber danke War ja nur gut gemeint Denke ich Ja, so kannst du gerne weiterlaufen Das ist gar kein Problem Also das ist Das ist gut Das ist sehr gut Und das Ebenfalls Nein, das nicht Das ist gar Das ist ziemlich unglücklich sogar Ich bin gar nicht da Du hast nichts gesehen Wie Jesus Und wie auch immer man nicht ausspricht Du bist da unten Du blöder Daddy Bus, hier ist irgendwo einer Telekineser habe ich hier Warum benutze ich das nicht? Das ist ja voll OP Ja, ja OP, aber stark Hallo, Schahu Und du bist tot Und dich hack ich mal Bitteschön Habe ich gern gemacht So, mal schauen Ob hier drinnen einer spawnt Das wäre sehr angenehm Nö Oh Hab mich Getäuscht Es pump Es pump Ha Number one Hallo Ich störe doch nicht, oder? Ha 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 Hallo Ogor Also ich muss sagen Jetzt ist es vollkommen in Ordnung Das ist ja besser als alles Was ich bisher Wa Ninja Delikinese Komm Ogor Hilf mir Bam, oder? Oh nein Das ist nicht gut Du machst das alleine, ne? So Ich hilf dir Ich hilf dir So Brenn Ne Schweine Wo kommt der lang? Doch nicht etwa Nein Gut Oh Fuck Schnauze Nein Ich Ja, warum muss ich auch feucht werden In den unglücklichsten Momenten Mann Der 10 zu 3, aber der ist ja auch ein Daddy Habe ich hier eine Daddy-Zerstörer-Klasse? Nee Scheiße Naja, egal Wir kriegen den auch so klein, hoffe ich La 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 Oh Brenne Warum nicht? Achso, weil es leckt Nee, weil es Hä? Ich habe wohl einfach nicht getroffen Daran muss es liegen Warum ist hier niemand? Nein Wie kannst du Kleines Arschloch Es wagen Nein, ich habe kein EF mehr Oh fuck Daneben Nein Wie kommt die denn da hin? Wie viel Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Also wenn das nicht mein Kill ist Dann bin ich echt enttäuscht Es wird nicht meiner sein Pass auf Komm her, Daddy Ich habe dich verdient Wehe, du läufst jetzt in diesen großen Raum da rein Da wirst du sofort abgeknallt Du Idiot Warum tust du es? Nein Das Achso, ich habe kein Telekinese Ja, das ist doof Ich kann die Falle schlecht mit Insektenschwamm aufheben Nicht wahr? Oh ja Oh ja Oh meine Fresse Ich bin gar nicht da, Leute Ignoriert mich einfach Wer will hier was? Bam Da, bam Da, bam Da, bam Da, bam Ich treffe gar nichts Wow Wo kommst du denn her? Könnt ihr euch bitte mal abwechseln? Oh Jetzt habe ich dich Jetzt habe ich dich Nächster bitte Fuck Scheiß Jagdgewehr Nein Are you guys using Ironsides or only Cross Air? Äh, ja, eigentlich benutze ich die Ironsides nicht so Nein Ach, verdammte Scheiße Komm her I don't know the difference Ja, ich schon Ironsides sind für den Arsch Außer manchmal Ja, komm, du Vollidiot Versuch's Tu doch nicht Spacko Oh mein Gott Naja, das hat mich jetzt natürlich ziemlich gekillt Toll, das war der Oh nee Hat nicht geklappt Was für eine Überraschung No I don't do that Okay Wen darf ich hier anziehen? Oh Oh mein Gott Nein Nicht die Legs Lass sie nicht zurückkommen Was geht hier denn ab? Ich glaube Der ist da rund Wenn es nicht lecken würde Bitte Beruhig dich Spiel Spiel Jetzt ist es Zeit Sich zu beruhigen Bitte Beruhig dich Bitte Es ging doch so gut Willst du mich verarschen? Geht's jetzt wieder? Hm? Okay Ogre, du hast da alles im Griff Nehme ich an Ich muss auf diesen Houdini-Spacken aufpassen Ja, genau auf dich Du Pisser Escher Ja, war klar Das ist die anderen Undockt Bam 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 So, was ist hier? Sheldon, nein Ich spüre ihn Ja, da Du bleibst jetzt schön hier Ja Doch, kriege ich Siehst du? Das schaffst du nicht Mein Freund Dich nehme ich noch mit Nein Oh, wir haben Daddy Haben wir Daddy? Ich glaube, wir haben Daddy Gut Wir verlieren trotzdem Wo schmeißt du denn die Minen? Du Depp Streng dich an Du brennst Hallo Ach, scheiße Triff sie Ja Fast Wie wär's, wenn's jetzt wieder so läuft wie vorher Das wär echt nice Sheldon, nein, haut schon wieder ab Diese Pussy Jetzt komm schon Die vier Minuten kannst du jetzt auch noch durchhalten Bam Nein Ach, verdammte Sprintscheiße Jetzt bleib gefälligst hier Das ist ja wohl mal voll überhaupt nicht Ladylike wegzulaufen Das ist auch nicht Ladylike zu laggen Oh mein Gott Nein, das wirst du nicht machen, was du vorhast Danke für die Hilfe Weil ich einfach ziel wie so ein Fisch Naja, Fische können nicht zielen Gottverdammte Scheiße Gottverdammte Scheiße Ja, mach ihn platt Er hat Resurrection Er hat Resurrection Ach, diese verdammten Low Levels Oh, Grundspornet Ich kenn dich doch Gut, dass ich überhaupt Gar nichts treffen kann Oh Kill Die Leggy Kills Die guten alten Leggy Kills Oh Warum ging's eigentlich so gut Und jetzt nicht mehr? Hm? Oh mein Gott Long Range Pump Wow Warum hast du's nicht kaputt gemacht? Ich bin voll in der Falle Ja, soviel dazu Ähm Ich sollte keine Lasten nehmen, bei denen man zielen muss Das wär nicht so schlau Wie auch immer Du wirst sterben Sterben Ich werd nur sterben, wenn ich nicht über dieses Geländer drüber komme Oh Natürlich Oh, nice Jetzt bin ich aber hier voll im Gefecht, nicht wahr? Und kann viel tun Habt wohl gedacht Mit leeren Händen Oh, ein Mülleimer Wo kommt der denn her? Oh, Tubes Ich hör die ersten Tubes Hohoho Bäm Kill Das war irgendwie vorher zu sehen Tja, es tut mir leid, aber ich hab keine Macht über die Legs Vorhin lief es einwandfrei Und nun wieder diese Scheiße Aber ich kann das nicht ausschalten Das ist nicht so einfach Sieht aus, als würde ich pinkeln Hohoho Meine Fresse Au, zerfetzt Und nur zur Vorsorge So Nein, nicht selbst reinlaufen Oder reinlegen wohl eher Dito Töte ihn Ja Hat gereicht Mit Todesfalle, mein Freund Wer nimmt denn sowas mit? Oh, Rob Ja, ich wurde in den Automat reingelegt Und bin gleich tot Nice Haha Da hatte ich auch voll die Macht Ja Lass sie nur den Sieg schnappen Denn wir haben eh keine Chance Oder bin ich wieder der Einzige Der so rumleckt Komm, der muss doch jetzt sterben Auf jeden Fall Ja Haha Haha Genau Ja 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 Das ist wieder ein toller Part Aber der Mitte Teil war ganz okay Da lief es auch flüssig Ja und so endet das mal wieder Das ist wunderschön Wir lieben wir nicht alle diesen Bildschirm Der einen Erfolgreichen Part Beendet Sorry Leute, ich würde gerne noch weiterspielen Oder wann anders aufnehmen oder so Aber ich muss schlafen Und den Part rendern und hochladen kann ich jetzt eh nicht mehr Also kommt morgen wieder kein Video Tut mir leid Keine Zeit Geht nicht, blöd Naja Ja, ja Dann würde ich sagen, Louis McGrath verabschiedet sich Und sagt Oh, er hatte eine neue Tönung Und sagt Bis zum nächsten Mal, ihr Knackis Ungefähr das würde er sagen Also Leute Bis zum nächsten Mal Ciao